Möchen! Moochen! So! Jetzt guck mal, wo ich hier höre? Wie komm ich jetzt hier aus? Mach das ja immer anders. Handchen dran! Ja! Danke! Bitte! War ich nicht nett? so wetterbericht morgen ein paar zentimeter schnee bis bald wie sich das anhört bis bald ja weißt du wenn sie dann oder oder dann rollt sie erst mal und die geister sind heute gut drauf erst mal die wintersaat gießen auch wenn das ein bisschen komisches münchen sind fertig gehe ich zu den kühen ostiger sporn ist immer mümmelig geworden ja ne da ist was fertig ich kann noch ein fass machen das ist cool ja alles die warte Warte, 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 ich muss ja noch Ei machen. Die Flöcken kommen runter, ist das ja schön. Warte mal. Das und das mal weg, so. Komm wir mit. Dann kommen wir mit. Ein weißer Hase. Ein Schneehorst. Ei, ich hab dich gesehen. Welcher war denn, Willi? Unten der Angler. Ach ja, stimmt. Das liegt hier so rum, das wird mitgenommen. Ich kann einfach nichts liegen lassen. Blut. Da liegt auch nichts. Wir haben Tintenköpfe auf dem Kopf. Ja, wir haben Tinten für Südde. Hey, Willi. Hey. Äh, ich rede gerade das erste Mal mit ihm. Hey, warte, dann schau dich mal zu mir. Hey, du hast es geschafft. Nicht schlecht, wirklich nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Der Wind heißt eine gute Zeit, um die alte Angel wieder rauszuholen, nicht? Ah, toll. Oh, dafür gibt es 800. Okay. Mann, hör auf mit Quatschen. Hallo? Oh, ist das okay? Und Fiona, wie war die Arbeit? Machen wir das so. Hey, du hast es geschafft. Ich bin beeindruckt. Äh, ja, so. Dabei hat man die Freunde und nicht mal geangelt. Nee, das hat alles mein Mann gemacht. Da. Komm mal zum Museum, weil ich hab da noch was gestern ausgebuddelt. 30, zum Glück ist morgen Freitag. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Hm. Ja, eigentlich noch. Ähm. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Oh. Hey, Gunda. Ich hab hier noch was für dich. So ein Rippe. Oh, Belohnung. Was gibt's denn jetzt, um das Haus voll zu plundern? Eine Vogelscheuche. In Bärenform. Cool. Ja, das ist, das ist, das ist, das. Das ist wow. Das ist awesome. Dante ist 100.000 Schritte gegangen. Wow. Ja, steht bei mir da unten. Jetzt mal gucken, Sean. Mann, du bist echt fleißig. Ich so alles latsche hier in dem Spiel. Da liegt noch was. Schleimt mich voll. Ich, Palme. Schleimt zurück. Also um Hartholz und so. Also ich krieg hier immer um mein Holz. Hm. Ich könnte ja eigentlich mal meine Kieskanne da nochmal verbessern. Hm. Oh, wobei, nee. Ja, meine Piki muss ich noch verbessern. Hm. Na, da habe ich eine Stahlpiki schon. Könnte ich noch schaffen, wenn wir genug haben. Ja, mit der Logo kannst du ja hinfahren. Hm. Ähm. Sag mal, könntest du mich mal aufhören anzugreifen? Ich wollte echt nichts tun, ne? Aber du meinst, ja, jetzt musstest du sterben. Das ist dir selber schuld. So, dann nehme ich mir mal fünf Eisenbahren. Auch ne Stechpalme. Und zur Stadt. Eyjo. Äh, Werkzeug verbessern. Fünftausend für ne Stahlgießkanne. Ja, leck umio. Der Fisch macht gar nix. Äh, Karpfen. Kein Wunder. Der hat schon mal hier unten ist. Dein Pro? Ach, das ist hier oben. Kann man viel picken, wie es aussieht. Ja, ich fange mal an. Äh, was brauche ich? Ich habe jetzt, guck mal, jetzt brauche ich Goldparen dafür, ne? Hm, nee, Eisen. Resen. Ja, danach kommt erst Gold. Du brauchst fünf Stück. Oh, die Summe hat sich nicht geändert. Nee. Ja, guck mal, Schaustein. Golderz und Iridiumerz. Uh, Iridiumerz ist gut. Jetzt hier rausgekriegt. Stoff. Wie aus Papier. Gucken wir, ob ich sie aus der CD bekomme. Musik. Joa, das könnte gut passieren. Ich bringe mal meinen Kuchen hier in den Kühlschrank. Das ist eine sehr gute Idee. Sonst wird dir noch schlecht. Es wäre schade drum. Es ist Marock. Nee, verfeinerter Quarz. Was kriege ich da raus? Hm, das ist auch nicht schlecht. Das ist, äh... Wollen wir sie aus der Brille rausbekommen? Das Geschmatz hört sich so eklig an, ne? Ja, ne? Was ist denn hier die, die, die Straußbeeren? Ja, die habe ich immer gleich verkauft. Du meinst die Stechpalen, ne? Ja, 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 ja. Ja, die habe ich immer gleich verkauft. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass wir sie für irgendwas brauchen. So, komm mal nach Hause. Aus der Brille kriegt man auch verfeinerten Quarz. Können wir mal den schmelzen? Das ist gut. Oh, Eisenbahnen, ja, haben wir genug. Kann ich dann morgen mal abgeben. Ein feiner Stoffballen. Was macht man mit Stoff? Ähm, ähm, warte mal, Stoffballen muss man... Hat den nicht noch... Ah, nicht. Ich war der Meinung, dass wir den noch abgeben müssen. Aber anscheinend war das wieder so einer, wo du mehrere Sachen machen konntest. Auch der Verkaufen, ne? Joa. Popas, Smaragd kann verkauft werden. Ja, da auch. Gold, Iridium, Stein. Mal gucken, hier ist es hier. Kann weg, das kann weg. Voll mir. Was geht da nicht rein, ne? Ja. Mein Mann schon im Bett? Hin und wieder bin ich auch mal vor dir im Bett. Stimmt. Kommt aber selten vor. Das ist wohl wahr. Da ist meine Axt wieder drin. Äh, meine Gießkanne. Nein, da so. So, Wetterbericht. Morgen wird es ein schöner, sonniger Tag. Und die Götter sind heute etwas... Geister sind etwas genervt. Wollen sie die mal nicht genervt. Oh. Hi Dante, guten Morgen. Die Scheid ist gut zu gehen. Die Farben sieht super aus. Ich will nichts von dir. Bei mir ist nichts. Also du bist schon eine Weile hier und ich bin sicher, dass du inzwischen etwas Stoff hergestellt hast. Jetzt wenn die einen beobachten. Nun, wusstest du, dass du mit Stoff alle Arten von Kleidung anfertigen kannst? Alles, was du brauchst, ist der Zugang zu einer Nähmaschine. Und ich habe zufällig eine zu Hause. Du kannst gerne vorbeikommen und sie jederzeit benutzen. Naja, vorbeikommen. Du kannst jetzt auf Emilies Nähmaschine zugreifen. Ja. Um mit der schneidenden Handwerk zu beginnen, benötigst du ein Stück Stoff und ein zweites Teil. Experimentiere rum und schau, welche einzigartigen Stile es gibt. Okay. Ich habe aber nur ein Maßstoff. Mehr habe ich zwar nicht. Hm. Kannst du mal gießen? Wenn du so Zeit hast? Kann ich aber gießen? Ja, meine Gießkanne ist ja in Produktion. Kannst du dich um die Kühe und Schülern machen? Mache ich gerade. Oh, ich habe auch ein lila Ei bekommen. Jetzt muss ich schon wieder arbeiten. Oh. Hm. Na, ihr zwei? Ja. Na, essen sie gerade Kartoffeln? Nee. Hoi. Hoi. Hm. So, auch versorgt. Nein, müssen wir... Sind doch jetzt groß. Nicht da dran. Hier dran. Die Geister waren heute? Äh, etwas genervt. Hey, ich habe die erste Milch von den beiden. Cool. Von wem? Von Günther oder von Alicia? Von beiden. Von beiden? Oha. Ja. Ja. Ich glaube, Beugund, du hast am verkehrten Ende gezupft. Hm. Werkzeug verbessern. Stahlspitzhacke. Dankeschön. Bitteschön, weitermachen. Tschüss. Ich finde hier an dauernd Hühnerstatuen. Ob mir das Spiel was sagen will? Was für Statuen? Hühnerstatuen. Artefakt, aber die hat Gunther schon gekriegt von uns. Hm. Es ist aber schlimm da mit den Schneehausen. Und dann brauche ich noch Eisenbahnen, Kupferbahnen und Holz. Holz ist ja kein Problem. Für Stylefrucht hat immer schon abgegeben werden, ne? Stylefrucht? Du meinst den, äh... Beere mit dem... Die sieht aus wie ein Penis und zwei Eiern. Ja, ja, das ist die, ähm... Süße, süße, äh... Wintersüßkartoffel. Die haben wir schon abgegeben. Nee. Die von einer Kristallfrau? Ja, der, ja. Das andere hatten wir schon. Ich bringe mich doch nicht an. Ich bringe mich doch nicht an. Kein Traum. Na, Hallöchen, Shunny. Ein seltener Anblick geworden. Shunny, meine Beste, wie geht's dir? Das hast du vorher auch schon immer. Naja, aber schlafen ist ja auch gesund, ne? Also, äh, von daher... Sammel, sammel, sammel. Ja, das hört sich doch wundervoll an, dass er sich am Regenerieren ist. Joa. Ist denn dein Wusten schon ein bisschen besser geworden, oder... bröchelst du immer noch so schlimm? Sag mal so, Prinzessin hört sich jetzt bei ihr bestimmt besser an. Als bei Tanja. Prinzessin. Oh, da ist noch ein Krokus. Käse ist fertig. Oh, der erste Käse von uns. Käse... Müssen wir Käse nicht noch abgeben? Ich weiß es gar nicht, oder? Geben. Müsst du, glaube ich, Milch abgeben. Ne, Wolle, Entenei, eine große Ziegenmilch und eine große Milch. Stimme ist halt was angegriffen, aber der Husten ist schon viel besser. Ah, das ist doch wundervoll. Das ist doch wundervoll. Also Käse muss nicht abgegeben werden? Ne, Käse nicht. Kann man verkaufen. Das finde ich super, Shiny. Mensch, das freut mich zu hören. Das ist super dufte Knorkel, Bombe, was weiß ich noch alles. Also das ist, das ist, das ist klasse. Ich habe schon gar keinen mit Daumen mehr. Ne, ich auch nicht. Die sind schon voll weggedrückt. So, Lachsbeere, Orange, Gewürzbeere. Also es sind keine Sachen, die wir überhaupt geben müssen.